Meines Willkommens zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video, weil ich hatte die Idee, am 1. April ein Video zu machen. Ihr könnt euch natürlich schon denken, was weiß. Das ist sogar schon bald, der 1. April. Und da wollte ich ein Video machen, also ja, davon wollte ich ein Video machen, wie ich ein paar Streichel in meiner Familie spiele. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, also ich habe keine Ideen. Und deshalb würde ich euch fragen, ob ihr ein paar Ideen, also ein paar Ideen habt, was für Streichel ich spielen könnte. Die könnt ihr nicht, müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Am besten wäre es, wenn ihr auf meinen Discord-Server geht, Link dazu in der Videobeschreibung, ne? Und mit da ein paar Ideen reinschreibt. Das wäre cool. Dann habe ich, ja, das wäre richtig cool. Ja, das sind nur noch... Drei oder vier Tage noch. Oder zwei, ja. Drei oder vier Tage noch. Bitte schreibt welche zum Discord. Also, ja, Ideen. Bitte. Das wäre cool. Ja. Das war es aber eigentlich schon davon. Das war nur eine kleine Ansage. Adios.